Hartensteinerin, wo läufst du denn lang? Ist es hier in der Taiga? Alles voller Bürgen irgendwo im fernen Sibirien? Das ist im kältesten Wohnert Deutschlands. Ja, du weißt ja, wo das dann ist, der kälteste Wohnert Deutschlands. Ja, im Obererzgebirge. Kihat, Kühnheide. Kihat. Auf der Suche nach dem Schaga. Schaga. Das klingt ja sehr geheimnisvoll. Wenn man hier nicht finden, diesen Schaga-Pilz, dann muss man halt mal in Hartenstein.